Ich zeige dir meine zwei Trizeps-Übungen, die ich normalerweise hier auf dem Motto mache. Die erste ist eine leichte Variante und die zweite etwas schwieriger. Beide Avocados sind auf 1. Ich sitze im Langsitz und drücke die Beine an die Welle an. Oberkörper leicht aus der Hüfte vorneigen, bauchtief nach innen ziehen, damit ich nicht zu stark in die Lordose gehe. Dann ziehe ich die Hände hinter den Kopf hoch, mit Daumen und Zeigefinger mache ich ein Dreieck, die Ellbögen zur Seite und strecke die Arme nach oben aus. Beim Strecken bemühe ich mich, den Rücken in die Länge zu ziehen und den Bauch nach innen. Die zweite Variante ist die Ellbögen zusammen. Ich kreuze die Daumen und drücke die Handflächen nach vor. Während ich hier beuge, gehen die Handflächen zur Decke schauen und die Oberarme ein bisschen zurück, um die Brustwirbelsäule anzudehnen. Das ist eine sehr schöne Übung, auch anstrengend. Bauch nach innen ziehen und den Rücken noch mehr strecken. Nicht vergessen, etwas mehr nach hinten ziehen. Kopf nicht zu sehr nach unten. Nach vorne schauen und genieße diese Anstrengung. Beim Beenden öffnen, kontrolliert, Seil reinfahren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. binary Vielen Dank.